Der graue Starr ist die Trübung der Linse im Auge. Die Linse im Auge muss klar sein, sonst gibt es kein klares Bild auf der Netzhaut. Das ist wie wenn wir die Fenster nicht geputzt haben oder die Brille nicht geputzt haben. Eine getrübte Linse, die macht ein schlechtes Bild. Der graue Starr ist die Trübung der Linse im Auge des Menschen. Sie bemerken die Trübung der Linse, indem das Sehen immer schlechter wird. Kontraste werden schwächer, sie brauchen mehr Licht, alles wird dunkler, Blendung entsteht, wenn sie in Lichtquellen gucken. Und wir sehen diese Trübung der Linse, indem wir untersuchen an der sogenannten Spaltlampe. Wir gucken mit einem Mikroskop und einem spaltförmigen Licht ins Auge und wir sehen, die Linse ist getrübt. Die Behandlung des grauen Starrs ist eine der schönsten Behandlungen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Denn wir können die Linse aus dem Auge heraus operieren, eine Kunstlinse einbauen, hineinstecken, an die richtige Stelle und anschließend ist das Sehen wieder klar.